Unmenschlich waren die. Jetzt ist es leise. Sie sind alle tot. Alle tot. Denk nicht dran. Geh weiter. Damit herzlich willkommen zurück bei Witcher 3. Bevor sie jetzt hier weiterreden, möchte ich auch mal kurz die Gunst der Stunde nutzen. Hey, jetzt seid ihr ruhig. Na, danke auch. Okay, gut. Ach, schon wieder die Armbrust. Immer diese Armbrust. Wir haben keine Schwalbe mehr. Das ist schlimm. Du kommst hier in den Turm und wirst gleich mal von Geistern angegriffen, die dich mega fertig machen. Und jetzt haben wir die Schwalbe verbraucht. Und wir können keine herstellen, weil wir keine Schellkraut haben. Das ist total dumm. Ertrunkenen Hirn haben wir genug, aber Schellkraut fehlen uns zwei Stück. Das ist sehr ärgerlich. Aber warte mal, hatten wir denn nicht wenigstens eine Wasserflasche? Wir hatten doch mal eine Wasserflasche. Hier. Nee. Das ist dieser Trank. Das ist... Ich bin doch auf der Wasserflasche. So, wenigstens eine Wasserflasche. Vielleicht könnt ihr uns ein bisschen beim Heilen helfen. Regenerieren wir jetzt? Nee, ne? Ja, ist ja auch dunkel. Deswegen sollte man jetzt... Daran habe ich leider die letzten Folgen nie gedacht. Aber jetzt tue ich es mal. Ausnahmsweise. Ähm... So, hier. Tauschen wir das jetzt mal aus. Weil jetzt brauchen wir es ja nicht. Und jetzt können wir unsere schnellen Angriffe verstärken. So. Und den Fagel raus. Da kommen doch bestimmt gleich die nächsten Gegner. Oder? 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 Ich renne jetzt nicht drauf los. Sonst kommt ihr irgendwo hervorgesprungen. Wir essen mal ein Hühnerbein unterwegs. Nichts. Noch ist ruhig. Zu ruhig. Bis auf den Wind. Und ein bisschen Knarz. Wie weit hoch müssen wir denn noch? Ach, das stimmt ja. Hier, wo wir immer runtergefallen sind. Oh, weh. Wir müssen jetzt hier kämpfen. Ich falle doch nur runter. Was liegt denn da jetzt? Ach, das ist ein Stuhl. Ich dachte... Das sah so aus, als würde ich da ein Buch. Aber da habe ich mich geirrt. Okay. Jetzt wird es interessant. Da geht es hoch zum Labor. Keine Gegner mehr. Nur kurz. Was haben wir ausgewählt? Wir sollten die magische Falle mal wählen. Jetzt bin ich gespannt. Du hast mich nicht vergessen. Du bist zu mir zurückgekehrt. Bist du das? Ich bin Annabelle, die du verlassen hast. Weißt du nicht mehr? Annabelle... Ich... dachte, du wärst tot. Hätte ich's besser gewusst, hätte ich dich nie allein gelassen. Ich hätte alles für dich getan. Alles. Das weißt du. Glaub mir. Ich flehe dich an. Beweise es. Küss mich. Graham, Vorsicht. Geh. Da戲 came. Geh. 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 cosmisch. Geh. Ah, endlich. Ja, Stufe 6. Hey, wenigstens haben sie uns was übrig gelassen. Wir sind Stufe 6. Ich wollte mich gerade beschweren, dass sie uns hier alle ins Rück gelassen haben. Aber dem ist ja schließlich nicht so. Also, wenn wir uns mal das Gesicht von Kram jetzt angucken, hat sie doch ein bisschen mehr rumgeschlappert, als es augenscheinlich war, ne? Na ja, sie sind jetzt vereint, ne? Das ist doch schön für die. Das ist doch schön, da können sie sich freuen. So. Wann schalten wir hier in das nächste frei? Stufe 9. Wir sind gerade bei Stufe 6. Ich will mich ja nicht beschweren. Doch, mache ich. Nein, will ich nicht. Doch, mache ich. So. Hier würde ich jetzt nichts freischalten. Wie könnten wir denn unser explodierender Schild, das könnten wir jetzt auf Stufe 3. Der Quentschild stößt Gegner zurück und bewirkt Schaden mit Chance auf Niederschlag, wenn er zerbricht. Das machen wir. Denn das Ding ist so hilfreich. So. Warte mal, was ist denn jetzt schief gelaufen? Ach, ich habe das falsche gedrückt, ich Idiot. Warte mal. Ja. Ja, ich habe Mist gebaut. Ich habe die falschen Knöpfe gedrückt. So. Und das muss jetzt wieder hier hin. So. Genau. So. Zack, 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 zack. So. Und jetzt hier Fertigkeit verbessern. Jawoll. So. Damit ist unser Schild optimal. Das ist geil. Oh, wir haben da rechts was frei. Das ist freigeschaltet. Das fällt mir jetzt erst auf. Freier Platz. Da haben wir doch noch ein bisschen was. Ähm. 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben 5 Sachen. 4 Dinge frei. Was haben wir hier? Hier haben wir Sonne und Sterne. Könnten wir theoretisch da platzieren. Das hier haben wir schon platziert. Das auch. Und hier haben wir noch Armbrust-Ding. Was wir nicht so oft einsetzen müssen. Was war nochmal die Verbesserung da? Ja. Beim Zieren mit der Armbrust wird die Zeit zusätzlich um 15% verlangsamt. Das ist natürlich gut. Falls wir es doch mal einsetzen. Ja, so. Zack. Zack. Boom. Bang. Gut, gut, gut. Sehr schön. So. Und jetzt sind wir trotzdem hier alleine. Ey. Jetzt interessiert es mich aber, ob das hier oben vielleicht doch nochmal Sinn ergibt. Wenn wir jetzt hier hochgehen. Das muss hier irgendwas. Irgendwas muss es doch hier geben. Mh, der Aussicht ist nicht mal schön. Hallo? Klar wäre das hier aber trotzdem. Ich dachte hier wäre noch mehr. Oh. Verzeihung. Einen Moment. Das hat es mir gar nicht angezeigt. Wieso wurden jetzt die Verbindungen unterbrochen? Wahrscheinlich wegen Akku nehme ich mal stark an. Aber das kann ich jetzt ganz schnell beheben. Einen Moment. Mh. Es ist fast leer. Jetzt steht es da. Wann steht denn das da? Ich bin verwirrt. So. Einen Moment. Einen Moment. Doktor O. Ja. Keine Sorge. Wir retten den Patienten. Doktor O. Okay. Er ist schon dabei. So. Und jetzt? Tadaa. So. Es lebt. Er lebt. Der Patient lebt. Wenigstens einer, der hier lebt neben uns. So. Jetzt möchte ich hier aber auch. Bitte weg. Sag Kera, dass du den Fluch in der Reuselninsel gebrochen hast. Müssen wir dazu hier hin? Oh. Da ruft die uns an. Naja. Wahrscheinlich müssen wir hin. Treffen wir noch auf Gegner irgendwie? Okay. Mich würde es nicht wundern. Die Ratten lassen wir mal Ratten sein. Die können ja ohne Sch dafür. Ich will hier weg. Lalalalalala. Was geht es da runter? Aber ein schöner Turm ist es. Also hättest du nicht diese Vergangenheit jetzt, dann wäre es wirklich ein sehr, sehr schöner Turm. Das gehe ich schon wieder falsch, ja. Äh. Ne, das ist ein Schrank. Hier ist die Tür. Ach, Mensch. Und hier nochmal zwei hier unten. Ne, nicht. Okay. Raus an die frische Luft. Na ja. Hä, was ist denn jetzt? Achso. Ich war kurz an. Ne, warte mal. Da liegt noch ein Gegner, den wir noch nicht... Einen der Geiste haben wir noch nicht untersucht. Okay. Okay. Sagt mir nicht nein, ne? Können wir jederzeit gebrauchen. So. Jetzt müssen wir erstmal... Das sind wir die... Okay. Ne, magische Falle will ich nicht. Schutzschild. Die Fakke können wir wegstecken. Komm her. Seid willkommene Gegner. Na, bleib hier. Geh doch nicht weg. Hallo. Hallo. Jetzt wird er grad ein bisschen stärker. Ich glaube auch ein bisschen... Bisschen böser. Aber den haben wir gleich. Wo ist eine andere hin? Ich hab das jetzt eingesetzt. Wo ist eine hin? Hallo. Na komm. Da ist ne Kiste. Die wollen wir dann noch öffnen. Komm her. Komm her. Komm her. Ich schrei nicht so. Gleich mal einen kritischen Treffer gelandet. Komm her. Komm her. Trau dich. Und noch einen. Kannst vergessen. die kiste wollte ich öffnen saft und silber saft ist gut wollen wir es mal probieren wie viele sind das 3 ok wenn man den dreh raus hat macht es kämpfen echt spaß und wenn man nicht jetzt kommt noch vier dazu aber wir haben jetzt zum glück recht offenes feld die hier so schnell wieder ich jetzt muss man kurz ein bisschen in bewegung bleiben ist unser schicht wieder aufgeladen hat so da hat euch hey 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 Oh, jetzt muss ich aufpassen. Wenn man einmal ein bisschen die Kontrolle verliert, kann es echt kritisch werden. Wow. Na komm her. Treffer. Kombo. Und noch einmal. Nein, 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 nein. So. Okay, auf der Karte sehe ich, dass wir hier etwas finden können. Da. Da haben wir noch einen Gegner. Aber jetzt schon. Das ist echt hilfreich, muss ich ehrlich sagen. Unser Boot. Da komm, setz dich. Auch müssen wir wenden, oder was? Nein, das Schwert ist wieder kaputt. Oh Mann, das geht zu schnell. Zurück. Haben wir ein bisschen Gold jetzt? 139 immer noch da. Man findet halt auch nie so wirklich mal was. Machen wir da vielleicht jetzt erstmal kurz ins Dorf und uns eine Reparatursitz sollten wir uns kaufen. Das wäre glaube ich gar nicht mal so verkehrt. Da können wir noch ein drittes Boot jetzt hinzufügen. Zwei haben wir da schon abgestellt. Ach, ich glaube, das sollten wir echt machen. Weil wir brauchen das Silberschwert. Wir sollten uns zukünftig mal jetzt mehr um Banditen kümmern. So oft wie unser Silberschwert zum Einsatz kommt, das Stahlschwert fühlt sich wahrscheinlich schon da vernachlässigt. Deswegen wäre es vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Hinter uns ist ein Gegner? Egal. Jetzt nicht mehr. Oh. Und schon haben wir Schaden am Boot. Wir sind gegen auf Grund gelaufen. Oh, da ist sogar echt kaputt gegangen. Geil. Das gefällt mir. So was, solche Details finde ich schön. Es speichert. Das ist auch schön. Finde ich auch toll. Ach, die schlafen ja sicherlich schon wieder alle. Ach, Mann. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Freunde. Da kann sich der Schmied wieder freuen. Komm, wir meditieren noch eine Runde. Baa. Meditation. Wie viel würde denn die Reparatur kosten? Also handeln, hast du überhaupt so ein... Ja, das hättest du. Kostet 21. 15% Aufhaltbarkeit des Gegenstandes. Nee, kostet jetzt 21. Okay. Und wie viel würde es jetzt kosten, wenn du es reparierst? Mehr. Deutlich mehr. Dann... Kriegst du jetzt erst mal ganz verrückt... Das Schwert. Das Langschwert behalten wir mal noch. Und das hier geht mal weg. Sieben Münzen. Ist doch nichts, ist das. Nichts. Die Jägerhose können wir weggeben. Tragen wir die nicht? Ich bin da verwirrt. Wir müssen ihn gleich nochmal ansprechen. Bis dann. Inventar. Nee. Alter Schatzjägerding. Ist aber auch jetzt nicht besser. Aber das können wir ordentlich verkaufen. Da steht 249. Und der gibt uns gerade mal wie viel? 59. Und mittlerweile ist alles gelb. Nichts. Aber jedenfalls werden die Sachen, die wir tragen, nicht angezeigt. So. Merkst du jetzt mal endlich. Was denn? Zeig mir, was du anzubieten hast. Ergo können wir noch ein zweites Schwert verkaufen? Und zwar das. Ergo können wir jetzt das hier verkaufen. Gut. Dann haben wir hiervon ganz, ganz viel. Wir haben so viel hiervon. Wofür gibst du denn mal ein bisschen Geld her? Wofür haben wir denn am meisten hier unten? Wofür ist denn das? Kannst du nichts mit anfangen? Kannst du nichts mit anfangen? Nö, nö, nö. Hier. Silbererz. Da haben wir neun Stück. Verkaufen wir fünf. Dann haben wir noch vier. Dann haben wir erstmal 50 Münzen von ihm bekommen. Gibt es noch etwas, was wir dir irgendwie ein bisschen... Handwerk. Kannst du uns etwas herstellen? Stahlblech kannst du uns herstellen. Dorisches Schwert bringt uns nichts. Das hat man schon mal geguckt, glaube ich. Merk kann er uns nicht herstellen. Er könnte uns nicht nur herstellen. Das können wir alles nicht gebrauchen. So. Und jetzt hätte ich gern von dir... Jetzt hat er nur noch zwei Anfänger-Reparatur-Kids. Vorher hatte er nicht drei gehabt. So, die nehmen wir aber jetzt beide. Dankeschön. Tschüss. Bis dann. So, Inventar. So. Eins behalten wir mal noch. Gut. Also zu Kaira schaffen wir es in dieser Folge sowieso nicht mehr. Würde ich jetzt mal behaupten. Ne. Na komm. Rüber da. Bevor ich es wieder vergesse. Benutzen. Lesen. Ey, schon von der Bauer-Brigade gehört. Deines Gleiche hat noch gedient. Anderlinge. Selbst die Götter weinen wegen unseres Unglücks. Gucken wir mal. Warte. Lesen. Lesen. Hast du irgendwas... Sei gegrüßt. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Was hast du denn? Du hast Wasserflaschen. Oh, die Kosten. Oh, die Kosten. Was die kosten. Nimm mal zwei mit. Geiste-Essenz. Könnten wir mal zwei hergeben. Da können wir eins hergeben. Die können wir vier her. Lebe wohl. Ehe ist bei uns im Inventar aktuell noch irgendwie... Bevor es bei uns im Inventar irgendwo verrottet alles so vor sich hin und nicht benutzt wird, können wir das ja erstmal so weit verkaufen. Wahrscheinlich sagt der ein oder andere von euch jetzt... Nein, wieso machst du das? Wieso? Darum. So. Schön Kräuter hier mitnehmen. Da ist ein Gegner. Das sind zwei Gegner. Wollen wir mal. Wollen wir uns mal jetzt am Wölfen probieren. Können wir auch mal unser Stahlschwert wieder nutzen. Und die Waffe ist ja auch verbessert. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Na komm der. Wow. Jetzt. Die haben den schon getötet. Mit einem Bissen. Jetzt fliehen die wieder. Ne, der steht auf. Flieh. Lauf. Warum mit sind die weg? Das ist mir zu blöd. Du rennst jetzt nicht hinterher. Ist da hinten ein Haus? Das ist ein Haus. Hallo? Ah, es ist bewohnt. drüber springen sehr schön ja das bedeutet weniger hat es der garten von jemanden dann lassen wir das machen müssten wir nicht eigentlich unsere vitalität müsste es sich denn unsere vitalität nicht eigentlich verbessern nein tut es nicht weil wir es nicht eingestellt haben ich idiot da kann sich auch nichts verbessern so jetzt wo wir tag haben tag jetzt wo wir tag haben können wir das doch auch verwenden ich bin auf die falsche seite oje aber das ding zeigt uns doch also wieder zurück ja kommen wir schlagen einmal die treppe plötze plötze kommen vom wasser ist sie fällchen jetzt ist ein seefällchen plötze 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 steht wahrscheinlich dasselbe plötze und was hast du getrieben wir hing fest plötze und ich hing fest auf geht ab geht Vorsicht ich muss schon die kurve bekommen ich könnte waas sind das jetzt hier Bandiden versteckt Ach ne, warte mal, hier waren wir doch schon mal. Das sind wir doch auch auf dem Hinweg vorbeigekommen, oder? Die bauen wir da so glücklich vor sich hin. Na gut, ob sie glücklich sind, weiß ich jetzt nicht. Wir brauchen Schellkraut. Mensch, was soll ich so... Ich reide gerne auf Plötze, aber so verpassen wir halt die ganzen Kräuter. Und wir brauchen Schellkraut, definitiv. Seht ihr irgendwas Gelbes? Ich sieh nur weiß und rot. Hättet wir uns halt mal wieder Schwalbe herstellen können. Da ist ein Gegner. Hey! Freundchen! So. Ertrunkenen Hirn, sehr gut. Das ist der Wahnsinn. Das ist eher das Schellkraut, das was uns fehlt. Habe ich das nicht getroffen? Ja, jetzt bekomme ich mit. Komm her. Komm her. Komm her. Wow. Wow. So. Ertrunkenen Hirn. Gut, daran wird es uns jetzt erstmal nicht scheitern. Das ertrunkenen Hirn liegt da drüben. Können wir das Boot gebrauchen? Nee, nicht wirklich. Ich würde jetzt in dieser Folge noch kurz hinlaufen. Und dann in der nächsten Folge bequatschen wir das mit ihr. Es sind noch mehr Gegner. Gegner, 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 Gegner. Mittlerweile habe ich Spaß an denen. Wah. Die Runde rutscht. Ich hänge fest. Wow. Oh, wenn man hier nichts zieht, ist doof. So, hier könnt ihr herkommen. Los. Nicht wegrennen. Hier bleiben. Kommt da gleich aus dem Gebüsch gesprungen hier. Hallo. Na, komm. Ach, wer nicht will, der hat schon. Ach, jetzt verfolgt er uns, oder was? Ist klar. Naja, okay. Hey, wenigstens sind wir nicht gestorben. Das muss man positiv betrachten. Gut. Wie gesagt, an dieser Stelle würde ich jetzt die Folge beenden. In der nächsten Folge sagen wir Keira Bescheid, dass wir die Aufgabe erledigt haben. Und dann bedanke ich mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und bis zum nächsten Mal bei Witcher 3.